Es mag vieles geben, worin ich nicht der Beste bin, aber eins kann ich. Ich kann Päckchen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort abliefern. Über Nachtservice in sämtliche kontinentalen Länder. Samstags keine Lieferung. Informationen unter www.ips.net Ich hatte einen Kaffee. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder willst du kriegen? Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Wie viele Kinder willst du kriegen? Das ist die nächste rechts. Komm schon! Ja, ja! Wir schaffen es, oder? Ja, wir werden noch etwas beschreiben. Oh mein Gott, geht es dir gut? Naja, fast. Nur das Telefon noch etwas hat. Lauf! Lauf! Oh Mann!